einen schönen guten abend ein herzliches willkommen und ein hallo so schnell ist ein jahr vorbei wir hätten es uns alle nicht besser vorstellen können als so wie es gelaufen ist jedenfalls gilt das für mich hoffe es gilt auch für euch aber wer will schon mit alten traditionen brechen alte traditionen sind die die man länger betreibt als ein jahr von daher könnte man ja anknüpfen ein vergangenes zukünftiges und anderes einfach mal wieder so ein cast machen soweit die theorie die praxis sieht demzufolge so aus dass wir vielleicht wahrscheinlich und unter umständen am donnerstagabend uns mal wieder hören und sehen können an altbewährter stelle und wie immer 720p weil der rechner ist immer noch nicht schnell geworden merkwürdigerweise was wir machen weiß ich noch nicht aber wird wahrscheinlich sowas mit klötzchen zu tun haben schauen wir mal was daraus wird genug gelabert glaube ich das ist jetzt eine gute und und ich will euch ja auch nicht zu lange aufhalten vielleicht habe ich sogar vorher noch den server zu daten ich glaube so nicht aber naja man hat schon pferde vor apotheken kurzen sehen bis dahin bei bei ja Bis zum nächsten Mal.